Die vergangenen drei Monate waren nach Angaben des EU-Klimadienstes weltweit die heißesten. Damit dürfte dieses Jahr wahrscheinlich das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen werden. Der Erdball erlebte den heißesten Juni und August, den heißesten Tag aller Zeiten und den heißesten Nordsommer aller Zeiten, heißt es in einem Bericht des europäischen Beobachtungsprogramms Kopernikus. Diese Reihe an Rekordtemperaturen erhöhe demnach die Wahrscheinlichkeit, dass 2024 das wärmste bisher gemessene Jahr werde. Kopernikus wertet Milliardenmessungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen aus. Im Juni und August durchbrach die globale Temperatur die Marke von 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Durchschnitt. Eine wichtige Schwelle für die Begrenzung der schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels. Vom Menschen verursachte Treibhausgasemissionen erwärmen den Planeten und erhöhen die Wahrscheinlichkeit und Intensität von Klimakatastrophen wie Dürren, Bränden und Überschwemmungen. Vom Menschen verursachen Dürren und Überschwemmungen der Bauch inf준 states Vom Menschen verursachen Dürren und Überschwemmungen des Klimawandels. Vom Menschen verursachen Dürren und Überschwemmungen des Klimawandels für diearespaces